Kannst ruhig loslegen, wenn du willst. Wichtig ist natürlich, dass die Steine auch passend üben sind. In dem Bereich hier. Damit das die Leute mal zeigen, wie es geht, mit Anklemmen hier. Aua, wie man sieht, sieht es wieder gut aus hier. Und das passt alles schön. Oh, der passt nicht. Kann man es holen. Kann man es holen, was wir eigentlich auch nicht haben wollten. Fast nicht. Ich hab das Video so gemacht, Jungs. Damit das mal nicht passt. Willst du recht, der nicht holen?